Und ich glaub, so lang wie der jodeln kann, bleibt er der Beste. Ja, und den haben wir heute eingeladen, unseren Franz Lamm, den haben wir eingeladen, einen Jodahörigern, unser Jodahörig, Franz Lamm. Ja, und den haben wir heute eingeladen, unseren Jodahörigern, unseren Jodahörigern, und den haben wir heute eingeladen, unseren Jodahörigern, unseren Jodahörigern,